Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends Aramodus mit dem Tobit Und dem Carsten Yo Das ist voll die Moderation, oder bist? Ich bin einfach nur ein Profi, Profi meines Handwerks Profi Ja, ich meine das generell so mit unserem Namen Du sagst meinen, ich sag deinen, so voll geil Der Bündchen war, ah ja genau, die Sonne war Ach klar, das Team sieht voll, diese Teams sehen irgendwie ausgeglichen aus Ich bin mir alles sicher, ob ich Api-Ruhen drin hab Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist, dass die einen krassen Tank haben Und wir nicht Obwohl Annie, Morgana und Lissandra sich alle relativ, ich sag mal, tanky bzw. lebhaft bauen können Die können einfach auf live gehen und dann ist es GG Lol, das ging schnell Ja, das ging schnell Lol, was wird empfohlen? Erstmal Dorans Ring Mach mal das sooo Ich hoffe, mein Pin geht jetzt klar und nicht die ganze Zeit wieder runter 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 Ich hoffe mal Diegnamen AD, AP, AD, AD, AD Okay, ich würde mal sagen, dann brauch ich schon ein bisschen Rüstung Nice Morgana, nice Jetzt hab ich's nicht gesehen Wurde erstmal hart gestunt Nice Aua, nicht so viel Challenge Äh, hä? Wenn man Schaden und Damage mischen will Schaddaa 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 Meins Meins Dumme Fiora Ich rechne nicht mit CC Kabumm Voll gut CC Obwohl geht Lissandra stun Morgana stun Annie stun Du, Ulti ADs, Ulti Nenni, Spaß Und die haben gut Damage zum Pokken Ein ADs, das finde ich gut Äh, ich will längere Range haben Weitere Range, Entschuldigung Ja, da used er sein Flash mal für mich Ist doch kein Problem Irgendwie haben die geht noch nicht damit Das Ignite Nice try, bitch Aua Das fällt übrigens alles hier unter Für Klausur leeren und so, ne? So was von Falls jemand fragt, was wir gemacht haben Für Klausur leeren Alter Ich bin froh sein, dass ich nicht in der Range war Bin ich jetzt tot gewesen Lol Fick dich Morgana, fick dich Oh god Nett Bin ich mal wieder noch am sterben, wa? Oh Oh Nein Vom Nasus fällt Nein Ja okay, geht auf AP Das entschuldigt das wenigstens so ein bisschen Heißt nicht, dass du es auf das machen sollst Ja, aber trotzdem Ja, aber trotzdem Oh So Das ist doch kacke Boah, ich bin so scheiße Squishy Oh lol Kannst du mal bitte den Poro füttern? Welchen? Irgendeinen Ich bin da bisher der einzige im Spiel Nee Nice Warum bin ich so krass Squishy? Find ich nicht toll Du bist AP Carry und hast nur AP Ja, aber ich hab mir gedacht, dass die ein bisschen mehr tanky wäre Ja, dann hol dir Leandris oder so Ja, hol ich mir auch schon mal auf Relais und Zeitalter Ah, wenn ich da wohl nicht zubeigeholfen hab, Kollege Ich hab den wahren Skin Oh lol Nein Was ein bisschen kackes Okay, ich komm's, der Talon wieder rausgeflasht Der will dich Der hat dich lieb Der will mich Der will mich Nice one Exactly as good as me Damage Ach, Mano Lol Alle drei mit einem Normhit bekommen Nice one Ich war ein Ulti Ich jetzt auch Ich jetzt auch Ich jetzt auch Ja, okay Puh Alter, das ging schnell Alter, wie viel Schaden dieses Verfickte Feld macht Das Xerat Name Blackbird Bülp 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 A même unser team sagt hat der ez hat 0 3 1 3 ich hab auch nur 3 und zackst du auch und stil ein bisschen gesteilt ein bisschen aber nur nicht viel die die antauern schon haben 6 minuten war der down not even close to damage Oh du Bichser! Du Arsch! Ernsthaft! Und tschüss! Ernsthaft! Und tschüss! Tja Ernst, du bist es nicht! Nein! Kein Star... Boah, das Jukes! Der Fokus war bei dir der besten Talon, oder? Ja, das ist die gute Frage! Am besten Talon, ja, aber der Stud... Am besten Talon! Ja, bitte! Ja, Mann! Fuck it! Fuck da Bichs! 1-5, nice! Danke! Mann! Scheiß Annie! Drecks Annie! Ich brauche ein bisschen Healpots! Wir werden besser! Wir haben Potential! Und wir haben vor allem Damage! Was wir nicht haben, ist Leben und Resis! Mit dir haben wir alles! Das versuchen wir jetzt mal auszugleichen! Boah! Fick die Schade! Kein Problem! Das klappt ja gut! Oh oh! Oh oh! Oh doch kein Talon! Ich dachte schon! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Denkt er! Ja! Muss ich mal eben was umstellen! So! Nein! Boah! Das hat den Damage, alter! Ja! Das ist das Problem! Scheiß Huresohn, AP, Nasus, Wichser! Ah! Sonst geht's eigentlich! Was? Ja! Schaden, Dodgen und so! Aber dieses scheiß Feld von dem Nasus! Lol! Haben uns HH hat gegenseitig gekillt! Der stirbt aber auch! Hm! Tja! Die Annie ist die einzige... WTF! Wie nur AP Sachen für Tristana empfohlen sind! Das hat Kackes! Aber was hole ich mir denn? Ich wollte vorschlagen ein bisschen was mit Resis! Aber das findet meine Tristana gar nicht so cool! Was machst du schon wieder mit der Fiora da im Chat? Warum? Weil ich ein Mädchen bin! Power of Love und so! Haha! Nice one! Nice one! Wieso war das kein Stun, Annie! Wieso bist du da nicht hingegangen? Ja! Hat für ne Frage! Wieso kriegt DIE den Kill, wenn wir mit Normands draufgehen? Das macht keinen Sinn! Schade! Schade! Fail! Ich wollte eigentlich auf die Fiora gehen, aber da die schon kaputt war... Yo Morgana! Das hat es gebracht! Das war deine beste Aktion seit langem! Das ist voll Blödsinn hier! 1-6 Lissandra! Unsere Lissandra ist scheiße! Komm, sage ich jetzt! Nice! Unsere Lissandra ist auch nicht scheiße! Das ist scheiße ohne Tank! Bestes Beispiel dafür! Das ist scheiße ohne Tank! Das ist scheiße ohne Tank! Nein! Einen Tank brauchst du mindestens! Das ist eigentlich alles auf Tank einfach nur am besten! Ja! Machst nix! Nee, du brauchst Tank! Du brauchst nen Tank! Anders hier das nicht! Anders hier das echt nicht! Sonst ist es hart assi! Lol! Die hat aber auch nen Nice Burst! Wer? Was von ner Stud hat die denn? Jenny! 5-5! Aber Schaden macht die! Ich hab ja 2-8! Ja, du machst ja auch keinen Schaden! Was? Boah! Alter! Das ist doch scheiße! Oh man! Mann! Ich brauch Gold! Und zwar sofort! Oh Gott! Hm! Aber wie mach ich grad nicht so viel in dem Game? Wem sagst du das? Was? In dir! Fuck you! Nicht mit mir! Das war ein nicht so cooles Game! Du kleiner Lacka du! Tja! Ich hab fast gewertet, dass ich die UA-Shoot abbekomme! Das wär geil gewesen! So Spawn zack! Nice suicide! Nein! Der stirbt, oder? Ja, ich bin kein AP! Ja! Ich hatte geplant, dass Strick wieder weg springen kann! Aber der war ein bisschen tanky! Na ja! Machst nix, ne? Ohne Tank sowieso nicht! Nee! Aber noch haben wir nicht verloren! Nee! Oh! Seriously! Nice! So! So! Tja! Lol! Alter! Wie lucky das war! Ich hab dich gerne gesaved! Was mach ich denn jetzt noch hier? Lifestyle, sagst du? It's all about the Lifestyle! Wenn Tobit einem nicht die Minions nimmt! Mit voller Absicht! Du Arsch! Wir haben deren Tower nicht mehr angerückt, kann das sein? Doch! Einmal waren wir dran! Nein! Kein einziges Mal! Einmal waren wir am Tower, haben dem aber keinen Schaden gemacht! Und tschüss! Was? Nee! Das wäre ja zu einfach! Oh! 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 Tito! Tito! Das war jetzt sehr unvorteilhaft, dass ich dabei geblieben bin! Qua... 4k- 3k- 4k- 4k- No! Pup... Wund... Ha! Nice! Ja, ich hab diequote... Da kam bei mir voll gebugt der Sound, da kam so 5 mal hintereinander der Kuh-Sound Dafür hab ich noch einen Assist gekriegt, hat mich voll gewundert Hat mich gewundert Ich hab 6 Assists weniger als du Ich hab 5 ne, achso Du hast 5 mehr als du selber For freedom Ping for the win Wie er beide Kills abstaubt LOL Die haben mich im Sprung gekillt die Penner Im Sprung Weißt du wie dreist das ist? Das ist sowas von dreist Tot Wir wollen übrigens mal anmerken, dass das neue LOL Design kein bisschen von Dota geklaut ist Woher kommt das eigentlich mal die neue MF vor? Keine Ahnung Keine Ahnung Not even stolen Genauso wie der Nein Ich bin noch einen Schritt ins Feld gegangen Nice one Ach Fick dich doch Eine Pfütze Ne, du bist ja kein Schmorganer Dann halt so Dann halt so Dann halt so Dann halt so Ich will den Tower wenigstens einmal anhitten Nice Jetzt können wir gerne verlieren Jetzt können wir gerne verlieren Und go 11 11 9 haben wir Noll damit sind wir mit am besten Oder ich bin mit am besten Ja Das ist echt traurig Steel Ich war gesilenced Nein Geil, Alter Ich glaube durch die Verbrennungen wäre das Ding so oder so verreckt Das Fiora Und Tod Den wollte ich noch mitnehmen Das ist ja wie bei ich packe meinen Koffer Denn Asus stirbt Meinst du? Mhm Meine ich Was ist da los? Dann frage ich mich auch Komm, Cordra Nee, da wollte ich zu viel Knapp 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 Fick dich Nice one Jetzt hat's keiner gesehen Weil ich gerade da irgendwo am rumpillern war Es geht ums Prinzip Niiiice Was hole ich mir denn jetzt noch Da 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 Ich glaube so hier so ein Schlund von meinem Morcius tut ganz gut Meinst du? Ja Ja Und das geht immer noch ziemlich auf den Sack des Nasus fällt Dir macht das ja nicht so viel Schaden wie mir Doch Fick dich Easy Da wollte der Talon auf mich drauschen, das hat er genau gesehen Oh oh Mut auf dich Loll, der ist ja gestorben in Asus Mhm, weil ich Schaden mache Mach echt voll Schaden Ein schwerer Schaden Ein schwerer Schaden Hehehe Schade Hey Hey! Hey! Danke! Oh, voll! Ja, wollte schon sagen, wenn der nicht gestorben wäre, da hättet ihr aber auch einen schweren Schaden gehabt. Dann auch heute. Ah, ich hab gleich meinen Hextrinker. Haha, mich hat er nicht gekriegt. Oder? Kannst du noch machen? Hä? Kannst du noch Surrendern? Ja. Ich auch noch. Nein. GG, ich hab meinen Hextrinker. Ich hab meinen Ulti noch machen. Außerdem hatte ich einen positiven. Ja, also. 17-14, gehen wir aus dem Game. Und wir haben verloren. Nichtsdestotrotz danken wir, wie immer, fürs Zusehen und verweisen auf die nächste Folge dieses Let's Plays. Tobit ist ein Wichser. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!